ja da sind zwei jährige kratzen digga der made bullshit sein groß ankelte ich hab was gemacht ich sollte auch nicht mal das hübsche obs auf meinem bildschirm ich glaube so fest an euch alle wie an mich selbst büßen mehr breit was kann ich noch mal so wie erländen herrscht kommt seine befreiturte war nur rante und mit mir kurante von bittes park jahren und neuer heute probieren weibhaus also was weiß ich bin ich mir erst mal aber okay gut ich wollte mal wieder mit anderen zeigen dass oben und deswegen hat mir da kommt mal was ich habe auch mit dem kind die beurte hier bei mir ist also wie sie hätten nummer 1 bei mir über uns waren zwei ja moment hier muss doch hier jetzt irgendwo noch gespottet haben ich habe auch gerade noch ein gehört also bei mir sind auch mindestens zwei ich bin auf dem weg ich bin doch nicht auf ich bin auf dem weg elite king haut mich weg wir haben king bei uns in der lobby wir haben elite king bei uns in der lobby der move unser phoenix ist ein bisschen lost wir haben den gott wir haben gott bei uns im gegner team noch 30 sekunden der spieler ich habe so viel mit der wand ich habe so viel mit der wand gespielt links von dir teleport noch 10 sekunden letzter lebender spieler sagt mir bitte da kann ich flenden oder so einfach cool die sound ja ob der typ sound hat lassen der phoenix jippie erst mal die spektoren erstmal schillig anfangen ich habe ja sind meine erste wand gewollt das heißt so quasi raufwolken und gifthalt kennt man ja und das da kontamination bei 14 so mehr oder weniger damit ihr wisst was ihr überhaupt abgeht mit mit der wippe warum sind vier leute a ok warum bin ich alleine b da ich mich stets verdrückt also a ist mindestens einer auf jeden fall auch mal ein timepech lego made und zwei rechts auf jeden fall beide rechts im tunnel ist ja also dem ding da weiß ja also ach das bad das bad okay für mich ist ein tunnel ich meine das wird hier als bad gekennzeichnet das hier als bad gekennzeichnet und was wir nicht als bad gekennzeichnet noch 30 sekunden ein gegner übrig easy kofa wenn du das markierst hier dann steht da bad und wenn mecke sagt unterhosen im screen sind ist er in trägst du dann auch die nein aha aha ff alles geklärt ff jaja aber das nicht gerechnet jajaja jaa ich weiß nicht was ich sagen soll das ist richtig alles geschafft im lieb oh ich hab gift drauf gehabt joha du hast gemerkt ich steh mir hinten drin ja cool ja mach dann aus ne alles gut jetzt rücker lassen kann ich bin schon ich habe kein gift mehr belassen aber nach b aus dass man weil da auch keiner mehr ist ok jetzt wunderschöne safe one oh cool oh mami ich geh rüber nach die kommen nach a rüber die kommen rüber nach a ja weil da auch bombe liegt echt ja safe one die bombe oh äh ja ja den spike bombe klar jeder weiß was ich meine ja klar ko-ko ich komme hier nicht hoch das ding geht auch nicht aua nein luca du pipi perad einer bart einmal einer dahinten genau und der andere ist halt nice also ich hab's auch gesagt schon mal nein 30 sekunden spiel defensiv versteck dich noch 10 sekunden hinten so schnell könnt ihr nicht planen ok ich versuche noch zu planen ein gegner übrig werde wieder easy mit einem ace let's go oh eine millisekunde zu spät ist schon geplantet oh ja eine millisekunde zu spät achso ich wollte grad sagen boah alter äh äh eieieiei und ich hab noch einen ace sticker das finde ich toll so gefällt mir die runde ich bin wieder erst einmal 7 zu 1 das ist doch schön wir haben wieder made weniger das ist auch schön oh maaaann es wird nicht gesagt ich hab's nie gesagt vermutlich nie ach so ein belasten das ding wieder hier hey ladies and gentlemen wenn ihr sowas seht ähm escape und dann könnt ihr easy reporten stimmt das können wir eigentlich auch gleich rein machen hier aufhag jetzt hab ich schon nachgeladen wollte noch gar nicht nachgeladen bedarf es ist egal du lebst noch wenn man das so nennen möchte ja sehe ich mal damage gekriegt ja deswegen sage ich wenn man es dann nennen möchte kein gift mehr du dich mal wirklich mal nach b aus sicher nein kauf immer wieder bombe ich weiß genau wo ihr seid oh gott direkt links hinter der kiste Lily lichter Nein, wenn du aus dem Dings rauskommst, ist er irgendwie links. Ist er geplantet, ne? Ja, ist geplantet, wenn du aus dem Teleporter rauskommst, links. Ach da oben, ja ok. Ja, egal. Scheiße. Ja, komm. Geht diese Runde mal auf mal B. Ja, Jett und ich gehen dann wieder A. Hm. Na, nächste Runde kann ich wenigstens hier, ähm, für ein Ulti zünden. Das heißt, ich fack die Gegner ab. Das war Lost Mate. Habt ihr nicht gesehen? Ich will mal kurz was probieren. Ja. Geht auch okay, das geht gerade hoch, fällt also runter. Okay. Okay, es geht nämlich komplett straight hoch, der ist das komplett. Oh, what? Ich schließe nur in den Kopf. Angeblich gebe ich den 4 Buddy Hits. Abmacher. Wie viel, wie viel Leben hat denn der Typ? Ich habe ihn 148 gegeben, das heißt, er müsste noch 2 AP haben. Und die, ich wollte gerade sagen, haben die eine Sage? Ja, haben die. Aber, ist die Sage bei B gewesen? Ne, ist auch okay. Oh, das war's komplett made. Ja, wir wissen machen. Warum sagen meine Waffe wechseln? So seht ihr aus. Ah, genau. Da, wo ich nicht bin, da ist es aktuell. Das heißt, sie kommen jetzt wieder bieten. Doch. Nein. Nein. Bereit. Bereit. Guck wie es vor nichts. Doch einer. Oh Gott, bin ich Bullshit, Digga. Oh Gott, bin ich Bullshit, Digga. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Okay. Dann, die auch noch die. Apropos Piraten. Spike platziert. Nice. Oh, das ist einer direkt, ja. Ne, ist nix. Nein. Jetzt muss der, jetzt muss King regeln. Na, oder schnell. Schafft er nicht mehr. Decke Gebiet auf. Vor allem so nicht. Jetzt go. Na ja, da war's jetzt. Äh, da war noch einer. Oh, ja, keine Gegner. Das ist killen, der mit dem neu kaufen muss, oder? Oder er stirbt einfach. Um selbst neu kaufen zu müssen. Aber ich dachte, das ist ja noch ein Gegner. Oh, ich hab's nicht oben. Belastend. Äh, ich merk schon, äh, Weipers ist nicht so mein, ähm, Main-Gebiet. Und ich muss mich noch an gewöhnen, auch möglich. Ernsthaft ist das nämlich alleine bei B. Äh, jetzt kommt die E, B. Ich kann auch rüber. Ne, aber ist gut. Wenn ihr keine Heilung... Hier bring ich hier nix. Wenn ihr keine Heilung habt, dann wisst ihr ja warum. Wir sind fern! Ich war schon fern! Zu Richtigung. Gegner entdeckt. Giftsphäre aktiv. Du hast gut gekünzt. Toxine treten aus! Kein Gift mehr! Toxinschirm inaktiv Die Sperra Toxine treten aus Kein Dip Toxinschirm inaktiv Toxine treten aus Ich glaube tatsächlich das die A sind Na ja Toxinschirm inaktiv Und dann zur Ablenkung Toxine treten aus Spike platziert Nein evt Das ist weak Toxine treten aus Toxinschirm inaktiv Halt durch Bezuverteile Toxine treten aus Toxinschirm inaktiv oh mein gott hier ist beide gut wahrscheinlich vor dir ja du standst vor mir das belastung vor allem du stehst vor mir und ich sterbe vor dir ja deswegen das ist einmal da oben ist er meins bei mir hier ja ich kann nichts tun der weiß hat dass ich deine ecke stehen das war's dann ja und ihr chat müsste da auch noch sein der wird dann nie in dem reinkommen nein nein wache hinter mir waka ah mann ey scheiße war aber klug das war eine nice idee naja nur zu spät ja klar aber schade also nicht alles time das geht nun mal nicht aber toll ich habe ein sniper made bei mir der auf auf short range geht der ja muss ich ihn raus anscheinend sich hier oben ins window zu chillen nein noch nicht so ganz lebe gechokt kuss ich ihn raus wir gerade werden ein bischen bei mir na wohl doch nicht dann geht jetzt dort noch rüber zu liegen Ja, da sind zwei, Digga, zum Kotzen, Digga, der Maid, der Bullshit, sein Urusonkel, Digga. Oh, let's go, Janik. Ich hab was gemacht. Ich hab was gemacht. Ja, er hat erst mal Wayplay raus. Ja, da macht er aber durchgehend. Das ist der gleiche Typ, das ist der Schott, der von der Runde 1. Da sind wir noch so'n... Haben alle? Oh, ich hab' selber nicht. Meins. Was kommt? Wie kann er die Kugel von dem, äh, Abkalttyping nehmen? Könnt ihr doch. Ich hab's doch schon gegönnt. Ich hab's richtig gegönnt. Kommt, deswegen aber zu spät. Spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Oh. Das war Belastung. Hier, Luca. Ah, ja nice. Ausgerechnet. Ah, da sind zwei, da kann ich nichts gegen tun. Ah, ja. Ein Gegner übrig. Okay, das war komplett möglich. Da. Okay, im Spawn. Boom. Ja, nice. Bisschen lucky, versteht das schon, Leute. Nicht auch richtig. Müsste, müsste, müsste meine Ulti eigentlich nochmal zünden, jetzt langsam. Was soll ich mit dir laufen? Du kannst, kannst wie dir sie zünden. Pfff. 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 Ich hab' ja schon ein bisschen besser, war das eine T-Märg oder eine A-T? Ich hab' jetzt mal. Ich verweiß' das, ich verweiß' das, ich merke mir das auch gar... ich merke mir das gar nicht, um echt zu sein. Wieso nicht? Pfff. Pfff. Weiß' ich. Keine Ahnung, brauch' ich nicht. Ich hab' ne A-T. Ich glaub' das war ne A-T. Deswegen sind wir hier, glaub' ich, im Sack. Ja, los, Digga. Also... Pfff. 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 Nein! Wieder schnell! Noch 30 Sekunden Noch ein Gegner übrig Nein! Oh mein! Nein! 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 Ich kam nicht mehr weg! Wirklich knapp! Letzte Runde, glaub ich, auf der Hälfte Letzte Runde vor dem Wechsel Ach, ich kann mich mehr weg! Ach, es ist eh weg! Ich kann, ich hab... Ich kann nicht! Ja... Guck mal, sag ich, da läuft einfach dran vorbei Obwohl der einzige ist, der jetzt nicht bereit hat Easy Ach, Mann! Manu! Hm? Ja, Mann! Ja, Digga, let's go! Oh, ich kann nichts machen, Mann! Boom! Ulti gefickt! Ach, komm Digga! Fickt euch doch einfach weg, Alter! Jedes Mal ist es das Gleiche, Digga! Weil ich verreck' an der gleichen Stelle Und kein Mate kommt Oder kein Mate ist irgendwie Ansatzweise... Und so... Uhhh! Nimm mehr Reichweite, Digga! Wie mach' ich das denn auch? Oder geht das... Wie lang dauert das? Mal rein, wenn eins... Null, Null... Was denn? Ich hab' ja jetzt nicht... Das ist wirklich ein Ding! Hä? Der... Der... Der Port! Ähm... Gut, oder nicht, die Folge? Pff... Ah... Spike platziert! Da sind sie! Okay... Steck! Oh, da war ne Motorrad! Schluss jetzt! So! Easy! Ah, King, das war's komplett, Bro! Er hat's nicht gesehen! Ein Gegner liegt nur am Boden! Easy! Ich hab's versaut und er hat's gerettet! Alles geplant! Jetzt lauf! Alles geplant! Ja, mein Nigger, der Typ ist einfach ein Meter! Pfff... Lass uns niemals sagen, dass jemand ein Meter ist, nur weil du mal was machst! Doch! Was passiert eigentlich? Warte... Hier! Nein! Warte mal kurz! Will ich markieren! Was passiert dann? Nichts! Achso, schade! Du markierst durch mich durch! Ja, wollte ich mal wissen! B-Link! Hier! B-Kurz! Ja, B-Lang! B-Kurz! 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 Wie aggressiv du direkt wie es besucht? B-Nee, fertig! Du gar nicht! Das ist doch gelogen! Nö! B-Mann immer schnell die Nachricht, Yannick! Ich hab den Spike grad gegeben! B-Kurz! Jetzt bin ich grad zufällig, weißt du! Normalerweise wäre das wieder die Situation... Was? Ich hab die Bock? Wieso? Ich hab 16 AP. Ich hab ihn angezündet. Mit Gift. Mit Gift angezündet? Ja. Schau mal raus. Wie er direkt wieder auf mich schießt, Mann! Ist down. Nice. Gegner gesichtet. Plante! Zwei platziert. Ein Gegner übrig. Toxine treten aus. Toxinschirm inaktiv. Ah ja, grüße gehen raus, Digga. Ich geb den 55er. Kein Gift mehr. Easy! Noi! Gift. Okay. Okay. Sollt. Jetzt verstehe ich, wie lästig meine Heilung sein kann. Ja, wegklapp mal. Das ist halt alles negativ. Ja, jetzt entscheide ich. Ich bin mal ein Riesensgeheim. Ah ja. Da soll ich wissen. Okay. 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 Und dann? Das ist halt echt ein Riesensgesheim. Ich hab' nichts mit ihm verfolgt. Du bist dann auf dem Karten. gegner getötet ich gucke leute gehen mal zu und sagt dir aber wie wichtig da erzählen der braucht man ein bisschen er läuft wieder mit seiner uhr die durch die gegend und jace ist direkt bei offenspott das messe in die hand Ich kann 1 Kill und ich kann meine Ulti wieder zünden, d.h. sie sind alle abgekappt. Äh, 3 Kills. Isoliert und tötet sie. King ist auch getroffen. Hey, das ist nett. Ach komm, Kingi, das ist aber fies hier. Einen ist gerade TPed. TPed. Teleported. Ich glaube links bin ich auch nicht sicher. Direkt wieder weg? Nein Cypher. Nein! Ja, okay. So Leute, zeigen wir mal, wie man Leute melde ich. Und zwar wen? Ja, den letzten, den hab ich noch nicht gemeldet. Ach stimmt. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Diese A so ist das, ne? Ja, A so. Meldung. Äh, spielverlassen AFK. Meldung. Bob. So meldet man Leute. Macht das. Das ist gut. Aber bitte nicht unnötig. Das könnte sonst echt böse enden. Genau. Finde ich übrigens geil. Ähm, Bankart hat, ähm, Zipo richtig gut, weil die haben echt nicht viele Cheater bisher gemeldet. Also sehr selten. Also das regeln die wohl echt gut. Okay. Nicht so wie, äh, CS, äh, ich cheat mal rum, Offensive. Ist, ist die Kurzfassung von Global Offensive. Ja. Langsam. Jetzt nicht mehr. Jetzt schon. Jetzt nicht mehr. Ah, hier ist ne Dingens. Och ja, wow. Wo denn? Da. Ja. Du musst mir mal was ansagen. Oh, ich bin salzig. Ich wusste ja nicht, wo der Elite King ist, der mich geholt hat. Du hast da hingeguckt? Nein, der hat mich, der hat mich komplett jemand anderes geholt. Ich habe auf den Brimstone geguckt. Und der Brimstone ist hier, hier, dieser, dieser Luca. Ja. Ja, und ich dachte, der ist schon tot gewesen. Nee. Weil er auf einmal weg war. Und da war ich, war ich tot. Und konnte ich keinen mehr sehen. Jetzt werde ich salzig, Alter. Ja, bist das salzig. Nein, 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 nein. Das könnte mir auch passieren. Die Türknudeln? Ja. Die Türrahmen. Es hat ne coole Tür, ne? Was machen wir denn? Da ist sehr viel Arbeit drin. Ja, einer sagt. Hauptsache, ich schreibe A auf einmal gegen mit B. Grüße gehen raus, das war komplett. Fang mal. Warten. Ich habe meinen Ulti noch nie einsetzen können für den Rotz, ey. Ich kriege meine Ulti genau in dem Moment, als ich sterbe. Wo ich sterbe, oder was? Ja, weil du durch den Tod auch einen Ort kriegst. Ja. Ja. Mega zum Kopf. Eine am Boden. Als ich genau dann soweit bin, ey, das ist ja wieder frech. Also, ihr habt meine Viper-Runde, die wird es nie wieder geben, aber ihr habt immer eine Viper-Runde. Hm. What? Lol. Ah, der war smart. Das war schon mehr als smart. So, und jetzt kommt King, du machst den Rest weg. Letzter Leben. Ne, mach doch nicht. Ne, mach doch nicht. Ich geh hin, tot. Ja. Ja. Ja, war schön, ja. Fliegen. Ja, nimm dir die Bombe, du Fotsi. Oh. Ja, das ist ein Brimstone. Oh, war doch der Zeifer. Ja, der Brimstone, der Brimstone ist ja, der ist ja so viel. Zack, eine coolen Rücken, das war's. Hm. Hm. Ich bin mir auch unsicher, oder? ja für mich war auch so ich war unsicher jetzt jetzt geht es los naja ist eine t-map in der at-map das ist ein bisschen raus alle bereit aber die man kommt dazu achte ich nicht auf Junge du denn Junge wieso denn wieso Deko gegangen bist war die Witze mich mega schrocken alter ich habe hier schon wieder von Elite King Scheiß Headshot war rechts neben an dem ich wäre aktiv geht mir aus dem Weg kein Gift mehr rein sanziert bereit fürs hellenfeuer die Fähigkeit ist einfach gut muss man einfach so sagen ich habe die Fähigkeit ist einfach gut muss man einfach sagen ich finde ich sogar zu gut ja gut du kommst du ja nicht so oft in die Funktion wie wir zu benutzen ja trotzdem ich habe damit auch schon gefehlt mit dem auch zum Fusen und Defusen ist es mir ja nice ja na Defusen eher weniger äh Fusen ist halt du musst ja nur wissen wo die irgendwo die steht das reicht ja auch wenn du da durch den Vortrag kriegst quasi aus dem Weg ich glaube da ist gerade jemand durch den Teleporter hinter dir nein deine Mutter wieso manchmal geht manchmal ist das auch das Ding manchmal nicht verstehe ich nicht ja was noch ein Maid äh Gegner keine Ahnung ich glaube links ach komm der Schmutz noch einer letzter lebender Spieler Elite King warum zeig ich das eigentlich nervt mich nicht warum zeig ich das eigentlich ich weiß genau wo ihr seid er muss jetzt nur wissen wo der ist und einmal rein wenn sie dort zieht mit seinem Ding und sich nicht treffen lassen voll hier ach so gegeben das war es komplett aber jetzt sollte er eigentlich wissen wo sie sind auch so muss er erstmal noch blenden oder die beiden jetzt machen wir davon nee in den nächsten 20 Sekunden nein links ja links und dann rechts ich habe den Spike oh was soll die Wand angucken er hat die war sehr interessanter Wand die Architektur macht mich auch immer wahnsinnig Wechselgaming ist Schmutz soll ich weiß aber halt die Schnauze ich dafür ja Mirko sagt auch immer dass sie alle Hater sind what so wie Böhmermann der immer zu Monte ist so ist Mirko auch zu uns ah ja ok hast du noch mitbekommen hä hast du noch mitbekommen nö achso ja irgendwie ähm Böhmermann hat Monte quasi als Assi bezeichnet und von versehen hier alles und ähm oder sein und äh Mercedes wurde gehackt von einem Monte Anhänger ah ja auf Insta und dann hat Mercedes so ein Monte Profilbild gekriegt ich bin Degger und dann wie hat Böhmermann dann alle alles recht äh äh als Assi also asozial und was weiß ich nicht äh und dich aus Geschirr für so ok Spike Träger getötet ja das war's wieder kommt der Scheiß wiederbeleben Topsine treten länger am Boden ja gg gg äh geht jetzt wieder äh raus hab kein Topsin mehr gg aus dem Weg oh ich hab rein gegiftet ist wieder aus ja hier liegt trotzdem Feuer vor ist wieder fuck ich hätte dich besser heilen können ich fahre mal kurz rum Luca hat mich gekehlt kmadr ich hab das oder wir müssen sie planen äh ne die ein Gegner übrig werde wieder stoppen wow ich muss diese Spiel festhalten noch 10 Sekunden gehen aus Müssen wir oder müssen die planen? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube wir oder? Wir haben das müssen. Haben wir gewonnen? Ne, wir haben verloren. Fuck. Oh mein Gott. Ja, ich wusste es auch nicht mehr. Ich fand das witzig. Belastend? Das war ja komplett lost. Ich hab mir gedacht, wir schnappen sie denn hier die Bonde? Ja, ich weiß nicht, der. Ich hab dir über Monta erzählt. Ich hatte andere Aufgaben. Und ich musste die irgendwie versuchen zu folgen. Ich hatte auch andere Aufgabe. Und dann musste ich noch Doktor spielen und und und. Ey, warum picken die immer mich? kleinen Pipipiraten, Alter. Oh ne Mutter. Das war's komplett. King regelt. Nicht. Das war auch hier Rapos. Deswegen hat King nicht geregelt. Mann. Mann. Ah komm, ich will mit der Odin. Ich hab zu viel Geld. Und das war's eh. Hoppala. Ach du würdest äh... GG schreiben, ne? Ja, safe. Okay. Oh. Oh. Vai. Safe, oder? Da sind sie. Auf. Einen. Oh. Das war's. Oh. Oh. Oh, der ist ja, das war's. Oh, da ist ja, das war's. Also muss ich mal so. jetzt teleport gewesen fenster absolut aus der negativen einfach mal mit der odin gewinnen wie alles drin ja mal gucken ob ich die barriere benutzen werde nein nein ich habe die falschen dings gehabt die 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 Gifts wäre aktiv. Bereit fürs Höllenfeuer? Kein Gift mehr. Denn es geht mir aus dem Weg. Ähm, Teleporter. Okay. Ach, komm, ich schieß daneben, Digga, Luca. 145 Damage, Digga, noch 5 HP. Nase kratzen? Ja, hab ich auch mal gemacht. Aus dem Weg! Letzter Leben der Spieler. Ein Gegner übrig. Ich glaube, der defused. Was? Nein. Ich glaube, ich kaufe die Odin jetzt auch noch mal. Gut, wenn ich direkt hinter dem verstehe, dann ist es ja auf jeden Fall easy. Meins? Ja, meine kriege ich nicht mehr zusammen. Schade eigentlich. Ja doch, meine wohl mit einem Kill noch. Ja, ich brauche noch 7. Schwierig. Ja. Na ja, alle Kills machen und 2 Ulti-Punkte sammeln. Mhm. Mach rechts einfach mal zu, ne? Dass wir da jetzt nicht durchgehen. Okay, durch ja. Du weißt du was. Ich mach jetzt einfach mal den hier. Ich mach jetzt einfach mal den hier. Eine Hälfte? Nein. Sage, du senden. Oh, gg made. Toxine, treten aus. Kannst du Toxic vielleicht auch mal kurz ausmachen? Okay. Okay. Kacke. Ficken. Bullshit. Section 39 macht die Serie wieder voll hier hinten rechts. Nice. Einer zwölf. Zwölf. Easy. Aber irgendwie finde ich die Odin komisch. Ich kaufe ich kaufe ich kaufe die Ares. Finale Runde 12 12 erstmal alles auch testen. Ich habe aber auch noch mal die Odin gekommen. Wir alle hier mit Odin spielen. Jeder hat sich eine LMG geholt. Was ist los? Ja hast du noch Geld? Wenn du mir Odin gekauft würdest wäre nice. Ja ich habe auch 400. Ich kann dir eine Francie davon haben. Oder ich kaufe zwei Shorties. Nene. Nene. Alles gut. Genug mit dem Essen gespielt. Weißt du und ich konnte meine Ulti sogar noch eins bekommen und einsetzen. Krass. Unverlässig. Waffe. Nene. Alter hab ich mich vor dem Shuttle. Er fällt wieder raus Wolke. Ja nicht nur du. Nein. Och man der sitzt da. Pass auf. Damned up. Nice. Nein! Du hast Nice gesagt! Wieso tust du das? Nur weil ich Nice sage, heißt das doch nicht, dass die Runde vorbei ist. Für mich. Oh Mann! Ja knapp Leute. War nicht meine kleine Stunde, aber ich habe euch mal Weiber gezeigt. Gigi. Nein? Gigi. Trink doch jetzt eh nichts mehr. Nein egal. Gigi? Ich schreibe dir Gigi. Deswegen, nächstes Mal geht es vermutlich wieder oben und wenn ich ihn kriege, haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!